also drei gut wir machen jetzt müssen jetzt das system herausfinden da liefen jetzt alle abstechen ja man perfekt 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 das war sie nicht nee das war sie nicht kommt sie ich brauche mein messer das bestimmt diesmal trotzdem ist sie stepp schlampe nevon nie desest diesmal die linke fuck die geht immer die treppe hoch halt das kapier ich gar nicht wachschauen was bin der okay fuck es lief so gut man wenn sie mich vom schrank rausholen kann ich ab das funktioniert nicht nein das lief so gut ich will nicht mehr ja man das lief ach shit man das war grad echt gut verdammt okay drei wir warten ein bisschen jawohl ich muss hier raus nein nee bring mich um ich brauch meine drei leben jungen wie lang bin ich schon hier dran drei zwei die 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 Das ist scheiße, Digga. Dumme Kuh. Ich kapier's nicht, warum verschwindet sie manchmal und manchmal nicht? Ich glaub's nicht, nein, töte mich, f*** dich selbst. Wo hab ich zuletzt gespeichert? Eine Stunde spiel ich schon an dieser dummen Kuh hier. Wo hab ich gespeichert? Im Raum davor. Was ist das aber auch schon ein bisschen her? Ah, ist ja. Fuck. Bin ich hier? Wie schnell sponnt die denn manchmal? Guck mal. Er gibt doch gar keinen Sinn, Alter. Die ist doch hardcore, Mann. Ja, aber da ist doch nur eine Lampe und zwischen der Lampe sind auch zwei nebeneinander. Also einer links, einer rechts. Guck mal, okay, das ist jetzt safe. Kleine Hure. Wollte dich doch grad abstichen. Ah, steh ich mir ab. Eine Puppe leuchtet nicht mehr. Echt? Muss ich mal ganz kurz drauf achten. Die ist echt mit rausgekommen, ich glaube. Ich dachte, die kommt nicht mit raus. Du kannst durchkommen. Guck mal, jetzt ist es anscheinend die. Ne, guck jetzt nicht. Alter. Sechs. Junge. Okay, das war grad Glück, meiner Meinung nach. Jetzt ist es die eine da. Die kommt hierher, gell? Fick dich selbst. Fick dich, Wal. Fick dich, Kuh. Nein. Bitte lass mich in Ruhe. Ich glaub's nicht, Digga. Die ist so brutal schwer, Alter. Ich komm nicht mal mehr da durch. Fick dich, Kuh. Was? Ne, null diesmal, okay. Also. Ey. Alles klar, Digga. Nona. Nona! 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 Also. Letzter Versuch. Danach. Mach ich das bestimmt nicht mehr heute. Was? Dein Ernst? War noch nicht mal drin. Kommt mir vor, als würde sie bei jedem Versuch schwieriger werden. Ohne Witz jetzt. Die taucht voll schnell auf. Das gibt's doch gar nicht. Ja, nö, Digga. Unsaved. Ach, Dein Ernst. Alles gut, komm. Komm, komm, komm. Okay, einer weg. Ich weiß es hier nicht. Das blinkt schon, wenn ich die Tür reingehe, gell? Also, ich muss jetzt safe durchrennen bis dahin. Sonst schaffe ich das gar nicht. Fuck, ist nicht die. Mach mal rein. Hoffen, dass es die ist. Ja, es ist die. So, ich hab gar keine andere Wahl. Abstechen, hoffen, dass es die ist. Dahin. Es ist wahrscheinlich die rechte hier, aber. Okay. Dann geht's immer wieder da hoch, halt. Da. Okay. Okay. also nein abstechen und warten ich habe echt keine wahl fuck junge wenn die herkommen bin ich tot alter ich kann es gar nicht nehmen guck mal ich kann es nicht nehmen fuck dicker kann ich das nur dreimal verwenden oh my god wieso kann ich das nicht nehmen ach so jetzt ok ok oh my god alter ich dachte ich kann es nicht nehmen fuck scheiße habe ich genug vier 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 wie viele punkte waren da vier 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 Alter, wie schnell kommt denn die, Mann? Die kommt so schnell. Die kommt so schnell. Fuck, man. Ich glaub's ja nicht, Dicke. Ich dachte, die kommt von links. Nein, man bringt mich nicht dumm. Ich hasse dich. Du bist eine... Hure. Nee, vergiss das. Ich bin durch, Alter. Das war's, nee. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja, ich spiel mit Headset. Aber das hörst du wirklich nicht komplett raus. Manchmal denkst du echt, die kommt von links und dann ist sie auf einmal hinter dir, über dir. Ah. Ah, so. Ja, Leute. Finde ich, die es auf YouTube gerade anschauen. Aber ich sag schon mal, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.